Uns allen wünsche ich, dass die Zeit der Pandemie bald vorüber ist. Aber so lange dürfen wir auf keinen Fall Trübsal blasen. Ich selber beschäftige mich gerne mit schönen Dingen. Damit es wieder heller wird, mache ich jetzt mehr Musik zu Hause. Male ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Back ich selber Brot für Freunde. Ich selber Brot für Freunde.